Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja Leute, wir sind in einer Höhle voller Kannibalen und Verrückter gelandet. Ich hab zur Zeit wie Dark Souls gespielt. Mal wieder. Ach stimmt, wir hatten nur den Bogen. Okay. Gott, muss ich jetzt hier irgendwie vorbei? Hey. Lara, eigentlich solltest du nicht die Fackel anzünden. Kann ich die auch wieder wegstecken? Komm Lara, steck das Ding weg. Wir sehen dich doch. Oh man, ich wurde glaube ich entdeckt, Leute. So, haha. Okay. Wow. Das... Hab ich gerade so geschafft, glaube ich. Und die Höhle scheint einzustotzen, oh mein Gott. Sorry, ich hab glaube ich gerade ganz schön viel geschwiegen. Oh man. Das war echt knapp. Dank nochmal. Was ist hier los? Oh mein Gott. Leute, mich... Ich komm echt nicht drauf klar, was die hier machen. Das ist so brutal. Einfach nur widerlich. Ich glaub hier ist ein geheimer Gang oder so. Sehr schön. Hier ist eine Kiste, ein bisschen Bergungsgut. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit und schauen, was hier drin ist. Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adeliger benutzt wurden. Okay, ähm... Mal schauen. Ich würde sagen, was auf der Rückseite. Aber ich glaube nicht, dass es... Ein bisschen zu dünn, um hier noch irgendwas zu finden. Na gut. Weiter geht's, Lara. Haben wir die echt weggesprengt. Das ist krass. Das ist echt krass. Oh man. Irgendwie kein gutes Gefühl hier in der Höhle. Hm. Irgendwas muss doch hier gleich passieren. Ich weiß nicht. Ich hab... Hab's echt irgendwie im Gefühl. Boah. Das hat weh. Aber hier ist sonst nichts weiter. Keine Ahnung. Das ist echt ganz schön ruhig hier, also. Naja. Gehen wir mal runter. Der liegt doch... Der Gefangene, oder ist der... Der ist tot. Okay. Das hat sich erledigt. Geht's auch nicht lang. Mal gucken. Findet mein Gespür irgendwas? Gut, die Wand. Mit magie ich jetzt zurück? Nee, oder? Nee, das geht gar nicht. Aber es sieht fast genauso aus wie in der Halle davor, also. Doch, ich laufe doch hier zurück, oder? Nee. Oh. Ich bin halt echt total verwirrt. Ich schaue mal auf die Karte. Das muss doch... Eingezeichnet sein. Hier kann ich hin. Schnellreiselager. Und da muss... Ach, Leute. Ich laufe... ...zurück. Entschuldigung. Oh Gott, war das doof. Das war echt doof. Das kann ja auch nur mir passieren, sowas. Naja, die ganze Hektik eben am Anfang. Die war nicht so gut für mich. Merke ich schon. Na gut, aber... Wir werden den Weg schon noch finden. So, ähm... Da geht's hoch, natürlich. Ich wollte gerade sagen, es ist so ruhig hier gewesen. Das kann doch nun wirklich nicht alles sein. So, hier dürfen wir mal wieder... ...Gas ausströmen lassen. Ah, weg da. Und hier? Ähm... Ich könnte mir was denken, aber... Ja, mal schauen. Dass das bringt. Ja. Supi. Wow. Wow, okay. Abhauen. Ich glaube... Hier stürzt es euch alles ein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, wir laufen und bleiben einfach nicht mehr stehen. Ich stehe mein eigenes Wort kaum noch. Uah. Oh Gott, nein. Jetzt geht es wieder runter. Oh Gott, raus hier. Hm. Nicht gut. Puh. Das war knapp, glaube ich. Wunder, du Hurensohn. Wenn ich hier rauskomme, rahm ich dir deine Pfeile in den Arsch. Ganz schön hitzköpfig. Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Und ist alles real? Das heißt, sie ist real? Ja. Oh? Und nichts. Ich glaub's nicht. Nach so langer Zeit. Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. Das sind wirklich leicht, glaube ich. So. Weg mit euch. Was habt ihr denn bei euch? Hey, Freunde. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie krieg ich euch da schon raus. Hey, das klingt nach einem Rätsel. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Jetzt. Es ist sinnlos, Reyes. Okay. Die machen ganz schön Krach. Ich glaub, das ist nicht so gut. Lara, hier läuft eine komische Scheiße. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja. Sieht ganz danach aus. Na, das ist gut. Haben wir es also doch gefunden? War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na, toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir auf den Täfig raus. Dann Leute, dann lasst mich mal machen. Haltet euch irgendwo fest. So, werden wir doch mal den ganzen Kram hier zum Explodieren bringen. Krass. So, jetzt kann ich doch irgendwie hoch. Ich habe jetzt aber irgendwie das Gefühl, das wird... Ja. Ich würde jetzt sagen, so viele Explosionen kann das Ding hier nicht durchhalten. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Das ist großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Boah. Okay, was jetzt? Ich habe es. Das ist der richtige Weg. Ein bisschen mehr Schwung. Okay. Eins. Das ist sehr schön. Es klappt mal gleich was auf Anhieb, was ich mir so denke. Wobei, es war sehr offensichtlich. Wow. Krass. Unter uns ist nichts mehr. Ach Gott. Wir müssen raus aus diesem Ding. Warte mal schnell. Wow. Okay, da ist was. Na, ich beeil mich schon. Ich beeil mich schon. Oh ja, ich mach doch schon. Ich geh in Sicherheit. Oh Mann, die Arme. Ja. Wie denn dann? Muss ich... Ah, ich glaube, ich muss nicht durchschießen. Genau. Ich würde gerade sagen. Ich glaube, Lara kann gut auf sich allein aufpassen. Der hat es echt ganz schön... Oh, drauf. So, hier noch Reward. Dann haben wir es. Bloß weg hier. Krass, Leute. Das bricht echt alles ein. Ist das Lava? Echt böser. Aber alles stirbt ein. Wir sind auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist weiter. Oh Mann. Ich glaube... Ich glaube, das könnte sogar vielleicht bald das Ende sein, Leute. Ich meine, der Doktor fehlt noch und... Sam. Mal schauen. Bin ja gespannt. Schnell, es brennt alles. Isolari. Festung. Okay. Uah. Und ich habe natürlich keine Waffen außer meinen Bogen. Oh Mann. Uah. Ich will meine Waffen wieder haben, Leute. Hier muss irgendwo eine Truhe sein oder sowas. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ist das brutal. Ist hier vielleicht irgendwas im Schrank? Nee. Okay. Hör mal weiter. Oh nee, wir sind draußen. Wow. Oh, das ist echt cool, Leute. Oh Mann. Lass raus hier. Oh, nur ein Stück. Also, ich glaube, wir können da rüber. Genau. Wow. Ja, ihr Königin. Das kann nur Sam sein. Wir müssen also zum Schreien. Wo auch immer er sein soll. Da hinten ist auf jeden Fall unser Ziel. Oh. Muss ich jetzt hier nun töten oder nicht? Oh Gott. Muss ich sagen, es läuft zumindest jetzt noch viel zu ruhig ab. Das habe ich auf japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus dem Mikrosgrab. Was interessiert mich, sei es so daran. Ja, Lara schnackt ja alles. Solange hier alles abbrennt. Oh Mann. Ich will kämpfen oder... Okay, eigentlich will ich es nicht. Ich will hier einfach nur weg. Oh nein. Okay, jetzt geht es los. Ich sag es ja. Oh Gott. Haben die zu getroffen? Ja. Schade eigentlich. Komm, zeig dich. Boah. Ich hab's euch hier nicht gesehen. Ja, mein, warum treffe ich's denn nicht? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt, ja. Hör mit der Munition. Boah. Und schnell hier hoch. So, euren Kram nehme ich auch noch mit. Okay, der andere ist weg. Ist ja auch egal. Oh Mann. Ein großer leerer Raum. Angst. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was soll los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung. Deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, ja. Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich, äh, ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Der Typ ist so merkwürdig, Leute. Irgendwas sagt mir, dass er nicht wirklich auf unserer Seite ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst. Sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre Mephajas. Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, klar. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Natürlich, ich muss kurz sagen, hey, wir dürfen kämpfen, aber... Oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor dem Furcht. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman. Ich sag doch, der Typ ist echt komisch. Lauf, Lara, lauf! Sie, lauf! Zurück in den Drohensaal! Lada! Ah! Lauf weiter, Sam! Ich komm schon irgendwie raus! Oh, toll. Gerade hatten wir sie. Oh Gott, voll Munition, ey. Oh Gott, nein, was hab ich getan? Oh Gott, nein. Da dachte ich, ich bin ein bisschen schneller, aber... Leider, nein. Na gut, ähm... Jetzt keine Gnade, jetzt wird er drauf geschossen. Oh nein. Oh nein. Oh, die Punition. Oh Gott. Wir dürfen echt nicht so viel aushalten. Oh Mann. Das ist echt hart. Das ist wirklich hart. Am besten ich nehme die Schrotflinte und... bleib in Bewegung. Oh, ja. Geht ganz schön was ab. So, Leute. In Bewegung bleiben. Komm schon, ich kriege es. Oh, oh. Autsch. Krass. Boah. So. Oh Mann, nein. Da bist du ja. Voll. Weg mit dir. Ich weiß nicht, kann es sein, dass wenn ich öfter sterbe, dass es ein bisschen leichter wird, denn die treffen nicht mehr so gut. So, was gibt es ja durchaus im Spielen. So. Noch eh nach. Das gibt es doch gar nicht. Oh, das ist noch so viel. Boah. So, komm her. Oh Mann. Die halten so extrem viel aus. Viel sterben. Oh nein. Dachte ich, das war's. Und ich kann gemütlich hier rumlaufen und den Rest erledigen. Da kommt immer mehr. Oh, noch wie viel Form. Oh Mann, ja. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Deckung. Oh Mann, nein. Hallo. Oh Gott, zwei Stück sogar. Oh Mann. Komm schon. Sehr schön. So, wow, ich hab getroffen. Wahnsinn. Der brennt. Oh, da ist noch einer. Komm, Leute, jetzt schaff ich das doch wohl. Wie viel halten die eigentlich aus? Puh. Ich glaub, ich hab's, oder? Ja. Oder auch nicht. Komm und geht raus und findet sie. Oh Mann, nö. Oh ey. Was ist das denn hier? Ist das grausam, Leute. Ich muss das sicherlich abhauen, oder? Ja. Mal schauen. Ja. Ich glaub, ich muss abhauen. Ich hoffe es. Ja, oder auch nicht. Oh Gott, ey. Ist das so heftig gepanzert. Das ist doch doof. Natürlich. Okay, das geht eigentlich. Ich hab jetzt gedacht, hier halt mehr aus. Komm, ich kriege dich auch. Komm schon, nicht verstecken. Zeig dich. Ich hab's noch nicht. Mal noch nicht. Oh. Plötzlich kriegen sie das Gild und sind damit gut im Ziel. Ich fass es nicht. Na, warte. Entfliehen sie dem Inferno. Ach, endlich. Ich will ja auch raus. Das gibt's gar nicht. So krank, Leute. Ja. Ähm. Oh Gott, nein. Nein. Oh Mann, warum bin ich immer so stürmisch? Oh Gott. Sehr schön. Brennen sollt ihr. Lasst mich bloß in Ruhe raus. Mit dem mit der Munition, die ihr habt. Na, warte, pass auf. Oh. Das kann ich auch mit Feuer spielen. Ganz schön Action hier. Bisschen noch. Warte, warte, hier. Munition nicht vergessen. Weiß gar nicht, was ich jetzt noch alles so sagen soll. Das ist anstrengend grad. Oh Mann. Warum macht Lara denn nichts? Weg mit dir. Krass. Ja. So. Geil. Ich mag die Axt, auch wenn sie nicht so altsoft ja, ähm, eingesetzt wird. Ich seh grad, es hat gespeichert. Das ist ein guter Punkt, um aufzuhören. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich heute, ich glaube, so ein bisschen verpeilt war. Aber na gut, das macht nichts. Ja, hinterlasst mir Kommentare, bewertet fleißig und bis zum nächsten Mal bei Tomb Raider.